Ist das das beste Bier der Stadt? Ich bin heute beim Praterwirt in Wien, um rauszufinden, was an dem Bier hier so besonders ist. Unpasteurisiertes Tankbier, das wir ohne Kohlensäure ausschenken können. Weil wir hier frisches Bier haben, so wie es der Braumeister in Budweiss macht, ist es quasi in einem Vakuum-Sack drinnen und dieser Sack wird quasi angedrückt und somit müssen wir keine zusätzliche Kohlensäure ins Bier geben. Es ist nur die Kohlensäure drin von der Fermentation, das macht das Bier viel bekömmlicher und deswegen kann man viel mehr davon trinken. Die Gläser werden in kaltem Wasser vorgekühlt, somit bleibt das Bier bis zum letzten Schluck kalt. 5,60 Euro bezahlt man hier für einen halben Liter vom Budweiser Lager.